Hallo, guten Abend und so. Wir sind halt, wir haben heute ein Dreierründchen zusammengekriegt und zwar mit dem Gustl, dem Mi-Gusta. Hallo. Als Lux. Wo spielst du es denn? Als Supporter, ja? Dann haben wir noch den Wokong, den Be Best Ever, als Wokong in der Mitte. Sieht man auch nicht so oft. Hallo? Hallo? Okay, er will gerade nicht antworten. Ja, Sturm schaltet. Ja, hallo? Ich spiele heute mein Pantheon, ich hasse Pantheon. Noch nie so wirklich Pantheon gespielt, mal sehen wie es läuft. Dann haben wir noch einen Volibear im Jungle und eine Miss Fortune als AD Carry. Die Gegner haben Mundo auf der Top-Lane, Warwick im Jungle, Karma auf der Bot-Lane wahrscheinlich mit Ezri und... Ne, Zyra ist auf der Bot-Lane und Karma ist in der Mitte. In der Mitte, in der Mitte. So, ich fange an mit den Laufstiefelchen und drei Bots. Also, ich fange an mit den Laufstiefelchen und drei Bots. Stimmt's? Was kauft ihr so? Einfach das Support-Equipment gekauft. Luchs hat die volle Hütte. Ja. Die volle Hütte, dann. Ich habe nur extra Support-Master-Wiz genommen. Wokong? Ja. Braucht man so viel Mana als Wokong? zwischendurch zwischendurch jetzt hoffen wir mal auf einen Weg ich kenne meinen Weg die Säure der größten Portions aussieht Mokko ja ist sehr gut Poli Bär mit Wolter was machte die Wachkau die Hinsicht und Eure ja ich habe beide gestanden das Wort hat sie drauf kommen und dann waren sie tot cool hallo seid ihr grad am aufnehmen ja danke per die ursache in welchen werden die glaube ich nicht da waren gerade vier stück auf der botlane ich glaube die fanden er die fanden es nicht so gut dass wir syra gekehlt haben wir sagen alle syra das heißt zyra ok dann sagen wir das ist ja schlimm mundu in der mitte ja wukong in der mitte ist auch nicht besser naja sag mal kommt wohl lieber so schlecht dass ich in den jungler da ist ja zwei passiv hat er jetzt schon braucht jawohl mundu und karmel mitte cool das sieht man auch nicht so oft ich glaube irgendwie der mundu geht gleich nach oben du glaubst oder du weißt ich denke es mal weil oben noch keiner ist und läuft so bis jetzt gut kann mich nicht beklagen ach da ist ja der mundu mundu gleich eine mitgekriegt und hier unten fehlt grad irgendwie sei war ich glaube die hatten das konnecht ja läuft user laptop channel die maschine mundu du maschine nein was mache ich für ein scheiß irgendwie habe ich ja aber das war voll dumm ich hätte auch so gekriegt aber irgendwie habe ich meinen flash mit meinem ignite verwechselt war keine ahnung wie das passieren konnte und habe mehr denn konnte dementsprechend nicht mehr von tower-apport zu können ja solche feld sind immer blöd passiert aber jedem glaub ich ne eigentlich nicht weil ich hab das ignite immer auf die und mit der auf Achtung 0 ich glaube ich hätte ich hätte ihm noch mal vor eine gegeben und wer denn abgehauen das war eine brauche ich für kramer also unserer farm ist aber echt miserabel in unserem team naja die misfortune hat bisher immer nur die gegner zurückgehalten na schön ja aber es war jetzt schon dreimal lowlife renkata glaube ich keine mehr ränkata glaube ich keine mehr ist denken der mundu schon wieder hier wieso geht karmann jetzt drauf ich habe sie gerade mit vielleicht 50 hp anzündet Das ist eine ordentliche Rüstung, wo ich herkomme. Ich habe Warwick gefunden, wollte gerade Bot ganken. Ich würde auch sterben, glaube ich. Ich kenne meinen Weg. Oder ich sterbe. Alter Passer. Warum hat der schon seine Ulti? Wer? Ich habe meine auch schon. Der Ezreal. Ja, der macht ja Solo-Bot. Weißt du. Ihr Schicksal ist besiegelt. Der Gegner wurde getötetet. Der Gegner wurde getötetet. Provozier mich nicht. Wer? Nein. Oh. Boah. Dieser Warwick. Der ist weg, ey. Wieso hat der seine Ulti angemacht? Ist der dicht? Meinst du Mondo, oder? Ja. Die Ulti heilt ihn extrem. Ja, aber das ist doch sinnlos. Ich bin ja gerade gestorben, der der B gehen können. Ne, er macht die Ulti an. Weil er Angst vor Minions wahrscheinlich hat. Mein Schwer ist rastlos. Ja, ja, das ist nicht so einfach, halt. Die Pantheon-Ult. Oh, oh. Volibear. Volibear in Action. Yeah. Romundo ist auch noch so blöd. Und dann hat er noch die Axt reingehauen. Und das ist aber der gleiche Tower-Virus du kriegst. Ja, ja. Schieß mir, glaube ich, mal ein Wort leisten sollen. Hä? Ich... Okay. Wer ist hier aufkommen? Äh, Cyber. Immer noch nach unten kommen. Nach der Stelle. Wahrscheinlich. Ja, Karma kommt. Boah, weg ist auch da, ja. Boah, weg ist auch da, ja. Du Tier, du ehl-Dinges. Heißt, hab ich einen Club. Wie oft hat denn der seine Ulti? Das ist ja nicht normal. Ja. Mundus-Ult hat, glaube ich, 60 bis 70 Sekunden Abklingzeit mehr nicht. Ist der dicht, oder was? Mein Schmier ist rastlos. Ja. Hm. Der Mundus nicht sehr gut. Ich bin ja schon schlecht, aber der ist scheiße. Vielleicht würde ich jetzt nicht sagen. Du hast ihn einmal getötet. Einmal bist du gestorben. Durch ihn allein. Und einmal durch... Im 2 gegen 1. Aber gut ist das nicht. Der holt... Der holt 0 fahren, kann das sein? Saiwa ist wieder da. Mit Stolz. Ja. Geht eigentlich. Wie ist denn der in 44 Farben gekommen? Das kommt mir gar nichts davor. Steh ja nur um. Die Leute. Ja. Eine Frage der Ehre. Eine Frage der Ehre. Ein Ginkler wird zum Darsauber. Okay, der S-Ridle ist gut. Auf der Stelle. Ja. So, jetzt geh ich mal B. Ich muss mir echt... Worts zulegen. Sonst geht das auch nix. Man, die Karma ist so schlecht. Ja, und wieso... Ihr seht ja nicht instant. Der Warwick war ja auch gerade sehr schlau. Ja. Was meinst du, wo steht der? Wegen meiner Ulti? Keine Ahnung. Ich würde jetzt aber nicht einfach das Wort da reinhauen. Was? So läuft es. Ich muss jetzt mal back. Ich hab erst Schuhe. Ich muss da einen Mundo töten. Hat der auch gerade sein Ulti aktiviert? Der ist dicht. Ich schwörs dir. Der ist full live und macht sein Ulti an. Vielleicht ja erst das Mundo. Was ist doch trotzdem nett. Du kannst nicht lesen, glaube ich. Oh, Wolli. In Action. Yeah, yeah, yeah. Habe ich voll krass was getötet. Ich bin gleich fort. Ich bin gleich fort. Ich würde sagen, ja. M Ach, ne. Du. 10, 9. Woran liegt's jetzt? Äh, vielleicht daran, dass ich fünf Tote hab. Der Volibear meint schon, report my bot lane. Ja, ich bin mit Lux eher mit lane, nicht supporter. So, Top Tower geht uns. Wokong? Ich lass dir mal ein Wort hier, okay? Ja. Nein, geh nicht rein, weg. Das war nur so ein bisschen zum Poker. Du hast eh keine Mana. Ja, richtig. Lol, der geht aber schnell weg. Wie bot da gegen der weg? Holy shit. Geht doch. Was macht er mit ihr? Ah, lucky, alter. Ja, ich wusste, dass ich nur einmal seinen Normal-Hit uplocken tue, was? Ja, ja, aber hier. Lux, du fehlst. Warum ist es fail, wenn er einfach ausweicht? Das muss treffen. Ja, nur in Karma erwischt, also. Und mit Fortune konzentriert mich töten. Ja. Euer Team hat einen Turm zerstört. Dun 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 dun. Syra Level 5. Normal rein ulten und den gleichen umbringen. Wenn sie so dumm ist, in der Mitte stehen zu bleiben, wird da. Gehst du wieder hoch? Niemals! Wie käme ich dazu? Der Tower ist doch schon weg. Was soll ich da oben? Nächsten Tower kaputt machen, Rats. Erstmal die Minions fahren, man. Oh, guck's dir an. Lux, mach keinen Scheiß. Ja, ich hab grad auch, ähm, das Bad schon gekocht. Aber Warwick läuft da runter. So gut wie erledigt. Oh, hinter mir ist Karma. Oh, hinter mir ist Esquiel. Und Karma. Und Warwick. Wie die so leicht nur mit deinem Doppelgänger zu träumen sind, oder? Alter. Ich komm weg. Bitte. Nein, ich bin tot. Ich bin tot. Der erste Voli. Alle down. No die. Warum geht der Voli-Bär nicht los und tötet den? Wär hier was grad gepinkt? Keine Ahnung, ich weiß nicht. Wahrscheinlich Voli. Das Voli-Bär signalisiert, vorsichtig zu sein. Hey, Mundo hat sein Ulti richtig eingesetzt. Ja, aber das erste Mal, oder? Irgendwie schon. Ja. Ich hab da das gesehen. Tower-Dive vom Feinsten. Ich glaub, die kommen jetzt alle hoch. Ich würd aufpassen. Bin weg. Oh. Das war sauknapp. Oh oh, oh oh, oh oh. Lauf. Nein, ich kann nicht laufen. Bist schon weg. So ein Scheißer auf. Richtig knapp war das. Das war auch. Das hat er auch gut gemacht. Das ist ein Scheißaufjaulen, hat er mich aufgedeckt und dann konnte er mich ulken im letzten Länge. Okay. Geht er weg. Okay. Alter, ist mir ja so. ich bin gleich nicht in falschen Ahren immer wir haben alle kein Leben mehr schön der war gut, Lux. Oder auch nicht. Danke! Ich lasse beide nur noch mal. Ich lasse nur, dass du kennst, mein Geh zu benutzen, weil ich direkt nach der Öffi tot war. Die sterben gerade alle, ne? Ich muss nur, wo ich herkomme. Den kriegt ihr auch noch. Den schickst du. Wir machen doch fast alle magisch, oder? So. Tja. Soll ich dir was sagen? Ich hab den Volibear mit Absicht sterben lassen, weil der mir auf den Sack geht. Gut gemacht. Ich hätte ja meinen Speer schon viel früher machen können. Ja, ja. Hat der Volibear nicht auch vorher die beiden Buffs gehabt? Keine Ahnung. Oh, wieso sind die wieder voll? Geht der gar nicht. Ich wollte nicht verarschen. Oh mein Gott, hier knapp der Mondo das überlebt hat Und da ist ein S.W.F. Oh, der Volley blockt voll, Alter Fit Der Warwick Mark Warwick nicht, der macht damage, viel damage Das ist richtig, halt ihn fest Ja, das war cool Ein Auto-Hit Ich glaub den Kill aber nicht Doch, guck, jetzt gehst du drauf, das ist Nein, das ist ihr Topskill Oh, älter Schäde Du machst es ja spannend, ey Du machst das nicht Schau, ein Radecarry keine Kill als Supporter Du wärst was selber draufgegangen, man Ja, und? Ich hätte den bekommen, so oder so, wenn du gestorben wär oder nicht Ja, aber dann hätte er auch noch einen Kill, dann hätte er das Gold gekriegt Ja, wenn er mich tötet, kriegt er nicht gerade viel, weil ich dauernd sterbe irgendwie Und ich geh mal lieber zurück Wohlibeer Wohlibeer Knut darf abwägen Das ist Knuts Vater Was haltet ihr davon? Knut ist ja jetzt im Museum ausgestopft worden, dahingestellt Okay Das find ich nicht gut Nee, ich irgendwie auch nicht Okay, die wissen wo ich bin Gefällt ihnen nicht Der war auch gut Der war auch gut, war auch Warwick ist irgendwo hier Oho Oho Einfach wegspringen Dann Oder? Arschloch Töte es! Wir müssen nur mit angreifen, Alter Aber ich bin zu langsam Warum läuft die vor dir weg? Keine Ahnung Ich hab's auch nicht gewusst Weil die wahrscheinlich gesehen habt Oh, der Damage Oh, der Damage Karma hält eh nix aus Ich war aber gerade verblüfft, dass ich den WoW noch geschafft hab Was für ihr gefällt Ich fail gerade alles Geweck, die bringt dich um Das tust du für ein Scheiß Alter Ich treff grad gar nicht Das ist nervös Entschuldigung Ich find's nur so lustig, weil ich eigentlich auch so oft spiele Und ich treffe eigentlich fast immer Ja, auch beim Mitgliedern kann ich auch treffen Aber wenn ich mit Portspiel geht gar nicht Okay Das ist eine ordentliche Rüstung, wo ich herkomme Oh, da unten sind zwei Vier Dreife Neh mich noch mit Oder auch nicht Oder auch nicht Ja Wildes Ding nicht Mit Stolz So, was mach ich jetzt Geh drauf Äh, da kommen alle in die Midlane geführt Dann nicht dem WoW hinterher rennen So, und recht nach Faktor Damage machen Kein Speed Off Kein Speed Off Hallo Kameraden Oh nein, wieso sterbt ihr alle? Weil's zu spät war Egal, ihr habt noch was angebracht Ich hab gedacht, ihr kämpft dann auf herum und wollt ihr alle so ein bisschen slowen, weißt? Dann seid ihr alle weggerannt, ich glaub's nicht Ne, ich bin drauf dran Wär aber gut, Lux, der war mal gut Der war echt gut Ja Was war auch die Pflanze? Das ist zu blöd, die Pflanze zu... ne, jetzt hat sie sie geschossen, okay Stacke, aber was stimmt mir denn nicht? Ich hab bis am Anfang nicht geblickt, wie das geht Ja, das kann einem auch passieren Irgendwie wild rumklickt Naja Karma trägt aber schon ein bisschen aus, oder? Ja, aber die kann schnell killen Mhm, die ist echt schnell weg Guck, jetzt ist der Killer-Stich-Lappen gegangen Guck, jetzt ist der Killer-Stich-Lappen gegangen Ja, umhässlich ein Schild Und ich sterbe von Minians 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 Nein Lacker Ja Ja Ja, da kommt Warwick, hast du Lust, den abzufangen? Ja, aber da kommt auch noch sie Ja, wo Linia Oh, nee, 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 weg, 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 weg Nein Allen wird mich da nicht anlegen Lass mich doch mal in Ruhe Alter, das ist zu viel, drei Leute Ja War grad ein bisschen scheiß, dass die uns da zu dritt erwischt haben oder zu viert Nur Warwick hätte ich mir noch gefallen lassen, und Syrah auch noch, aber dann kam noch der Drecksack Oh, Voli, wer beleidigt sich? Ja, ist mir aber relativ egal Ich habe ihm jetzt schon, ich glaube, zweimal das Leben gerettet, und er meint immer noch, ich wäre ein schlechter Supporter Was spielst du denn? 5, 9, 9 Ist doch okay Eigentlich schon Klar, 9 Prode müssen nicht unbedingt sein, aber ich finde, gut gewardet habe ich bisher Zumindest seit kurzem Hm, seit kurzem Ach, komm Ne, da springe ich nicht rein Das bringt's nicht Ich habe Syrah getroffen Ich meine etwas Eine Frage der Ehre Ne, das ist mir nix hier Ich bin auch Volibear Oh, oh Der Fasch hättest du weglaufen lassen Ach was Das war alles nur am Hinterkopf Ich wollte eigentlich gleich wieder zu euch, deshalb bin ich schon auf dem Rückweg Und der Sperr hat den noch nicht so viel Schaden gemacht Oh, bei ihm hat's mehr Schaden gemacht Der Sperr ist ihm aber auch auf 100 Meter näher geflogen Der Sperr ist ihm aber auch auf 100 Meter näher geflogen Alter Schwede Ja, Volibear auch mal Ja, Volibear auch mal Vielleicht hast du gefordert Okay Hm, hier ist echt bald alles geworden Kann mir nur leider nicht mehr endlich viele Warps kaufen Man kann nur neun Stück stacken Hm Das war ein kleiner Tick zu spät Aber trotzdem danke Ich hatte leider kein Mana mehr für meinen Schild Sonst hätte ich versucht durchzureiten Diese Pflanzen, ey Hm Ja Die Nerven Was hat denn der Warwick schon, dass der schon drückt? Der drückt, weil er hat Klinge des gestoßen Königs Hände der Weisheit Wieso kauft man mal Warwick Hände der Weisheit Wegen seinem Hero oder was? Der Warwick hat übelst Leiste durch seine Passive glaube ich Ja, aber wieso spielt er Hände der Weisheit Spielt man das? Klar Ich spiel Warwick nicht, ich hasse den alten Ich hab den Nettemann Ich hab den Nettemann Ich glaub ich auch nicht Ich hab ihn glaub ich nur einmal gespielt, als er Free2Play war Ach schade, kein Slot für Dings frei Mh I go Und jetzt dealst du mit dem Heser Mhm Gut Jeder besser als Wohlibe Ernsthaft, ich bin besser als Wohlibe Nein Wenn jeder kriegt den Farm ist besser als Wohlibe Ah ok Ja Ähm Mundo könnte zu euch Willkommen Mundo Wo ist der? Wo ist der? Wodling gedacht So ob da spring ich mal rein oder? Spring ich da mal rein? Kannst das ja machen wenn du willst Aber vier Stück Das ist nicht so Unbeziehungswürdig Alter, das ist zu viel Naja, ich hab nen schönen Teamfeld angezettelt Ich geh doch wohl Ja, immer den Tank hochkossen Wieso geht jetzt auf einmal die Pflanzen, ist die dumm oder was? Bis vor Ich, ich schieße mich weg Ich schieße mich weg Ich schieße mich weg Erst wo Was machst du? Ich wollte an Worte über die Wand platzieren und plötzlich schießen wir alle ihre Abilities in die Fresse Ja 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 Wieso hat man jetzt die ganze Zeit Warwick gefokust und danach denn auch noch äh Mundo, der eh schon seine Ulti angehabt hat Keine Ahnung Ich hab nur versucht Wohlibert zu helfen, der das gemacht hat LOL Der mit meinen Worte krass in der FW da ist Mein Spiel ist rastlos Schaffst du den nicht, Wukong? Okay, sieht echt schlecht aus wie die Pass auf Der Hölte ist gleich ausgelaufen, dann kann er nichts mehr Loll, der schießt ihn raus, ist der dumm oder so? Alter, der Ulti, du kannst ihn mir herschmeißen, Alter Oh, doch, sein Ulti geht munter, aber wirklich schwer drauf Ist normal, der hat ja ne Life-Rack wie Scheiße Ah, wirklich? Weltschein-Vergleich, ich weiß Ich mach zwar 488 Schaden pro Sekunde, wo er drinsteht Aber Der kriegt immer nur Leben dazu Da hat er Rüstung Die Magie Doch, 95 Rüstung Und noch mehr Die Magie Alter, deine Scheißpflanzen Alter Gärtner Drauf laufen, dann gehen sie kaputt Jaa, oder die aktiviert den, du bist kaputt Jaa Oh, das mach ich fürn Scheiß Sie töten? Läuft denn der so schnell? Oh, da kann ich nicht mal ein Schild auf dem Verblindeten Aber, geh weg Wormick, weißt du? Alter, ich glaube du bist tot Alles klar, geh weg, geh weg Ruhig, ruhig Wenn du noch länger da bleibst, kriegen die dich noch, du hast keinen Mana mehr Was? Sagt er nicht sowas? Der Enhibitor zerstört sich nicht von alleine Mundo stirbt auch nicht von alleine Du bist doch schon tot Alles cool, dein Enhibitor Es ging recht schnell, dass er Tank ist Schön Komm, geh weg, geh weg Wie will ich? Okay, Wormox Wormox geht schon Ich geh nach Du Arsch Wolltest du? Hä? Wolltest du? Nee, der hat mir gerade die Wölfe geklaut, deshalb Achso Oliber Das fällt ihm ein Das fällt ihm ein Eine Frage der Ehre Dumm 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 Luchs, macht dich nicht unbelebt Hm, hab ich nicht vor, ich glaub da schon weg, ich wollte nur sehen, wer da alles wartet Na, ich wollt mal nur, dann bist du tot, ne? Schaden machen kann ich den mit dem Support Setup eh nicht momentan Ach, bei dir sind die ganzen, dann kann die ja pushen Hm, ich lauf grad einfach nur vor denen weg Jaja Vielleicht hilfst, solange ich weiß, was wir sind Ach, komm mal Mundo kommt, top Mundo kommt, top Hatsch, das holt ja vieler, leider Ich weit will denn der Meneidärin Hör auf dich aufzuhallen Du Schreinerei, du Oh, der Bär kommt, der Bär Der Bär geht ab Okay, diesmal hab ich ihn nie sterben lassen Dead Bär Komm doch zu uns Luchs Luchs macht kein Schauen Luchs kann aber festbleiben So, so läuft das Und aus Versehen, okay, machen Sie dürft ihr pushen, wenn du wollt Ist doch okay, 6, 12, 18 ist schon okay, noch Wart noch so So lange ich sitzen hab, ist alles okay Wir haben Ass, wir sollten jetzt voll durch pushen, voll krass Ja, voll krass Okay, ich mach den jetzt mit meiner Old gleich weg Ja, und den zweiten auch noch Jetzt fragt der Wohli auch noch nach Ehrung Schön Das ist dann, dass ich dir den Schild gegeben hab Noch mal ne, Hippito Doppelwaves Oh oh Der Aspie ist so schwach Nein, oh nein, oh nein Wundo, geh weg Jetzt bin ich aber entwältig weg Das will ich nimmer Das war das für ne Ulti grad Oh nein, jetzt wollen sie mich Hehehehe Brauchst Hilfe? Ah, okay, das ging ja fix Ich dachte ich muss jetzt nur mal kommen mit dem Sperr werfen Ich kenne meinen Weg Hm, gibst ihm eine Heile mit Ich glaub mit dem kann ich sogar das, dass sie mich da mit Stunning kann abbrechen Nech? Ich weiß nicht, ob es vorhin nur Zufall war und es klar zu abgetroffen hat oder so ist Oh ho Der hässliche Schild von Karma rettet mag ja alle Sie töten die mich nicht. Guck mal, wie ich hier rumstehe. Oh, hallo. Jetzt töten sie das. Sie töten mich immer nicht. Ja, ich bin reingesprungen. Oh, ich hätte gelacht. Ich hätte so gelacht. Egal, wir spielen noch ein bisschen mit denen, oder? Nee, die Doppel müssen was sein, weil die töten sie eh nicht. Ja, das ist definitiv unmöglich. GG, will play und so weiter und so fort. Danke fürs Zuschauen. Ja, haltet mir bitte Mund nur vom Leib. Wir retten uns halt größtenteils gegenseitig. Na, das krieg ich nicht mehr gedacht, also. Danke fürs Zuschauen. Ich hab das erste Mal Pandian gespielt, ja. Dankeschön. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.